Wo geht's weiter mit den vierzehnten Teilen? Ich muss mich merken, Minus 18 und 32. Dann gerade muss ich erstmal hier rein. Weil erst dann ist es Nacht draußen. Weil nämlich eine Spinne ist und dann keine Schlafen will. Weg gehen die. Es ist gar nicht mehr nachts draußen. Ein Zombie am Brennen. Draußen alles voller Monster. Ach, ein Creeper, ein Creeper. Ich hab jetzt gar keine Eisentür drin reingepackt. Das Gold ist ja schon am Arbeiten hier. Und ich bin da noch 5 Blöcke am Brennen hier. Ich wollte ja erstmal die Minus 48 mit meinem Graf. Na, hier ist doch wieder brechen. So. 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 hier 32 das beginn ich denke ich noch ein paar packen aber ich brauche noch mehr leitern leitern reichen nicht leiter 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 das ist da unten gefallen Ich will aber nicht nach unten, sondern hier weiter rein. Ich muss mich jetzt sicher... Ich muss mich jetzt auf Höhe 40 runtergraben. Wo sehe ich mir jetzt gerade aus? Ich komme auf der Tisch. Uh, Lavasee. Das klingt nicht gut. Wenn Lara seht, dann sehen wir auch schon wieder die Leitern aus. Ich muss halt noch mehr machen. Ich bin ja immer noch. Soll ich schon lassen, dass die Leitern schon wieder wissen? Sollte ich weiter nur arbeiten hier. Und so Plastik machen. Und jetzt hier... Die Leitern machen. Aber jetzt... Das muss reichen. Dann geht's jetzt da Slime Farmen. Da können die noch nicht spawnen, weil... Das ist eine Lava. Ich sehe nur einen... Mit Fackeln. Mit Fackeln. Und da haben wir noch... Hier entdeckt. Mit Fackeln. Jetzt hier... Wenn ich hier am 070... Jetzt muss ich bis 50 fliegen. noch ein Loch tiefer. Und jetzt den Slime Shunk ausfüllen. Und da hat nicht voll. Oh, Diamant. Schmink nicht so schön hier. Schmink nicht so schön hier. Ich dürfte mal eine Tür gescannen haben. 10. 12, 12, 13, 14, 15. Schmink nicht so schön hier. Ach, eigentlich so ein Rohstoff. Was ist hier? Ich soll jetzt hier... Ich hab ja schon mal ein Bild gemacht. Die 8 Teile. Und den hochgeladen. Uh, die Leitern kommen hier. Und so eine Höhle zu laden. Ich hab nicht nur mein Schwert. Also... Das dürfte daran nicht scheitern. Und auf jeden Fall noch eine relativ... ...gute haltende Diamantrüstung. Und ich bin jetzt bei... Hmm... 56. Respektive Wert auf 8. Und jetzt hier diese Slime Shunk von Außen ausfüllen. Und jetzt den Wert da... ...die Zahl links hier über Chunk. Und die Zahl links... ...die auf 15 erhöht ist. 14... 15 hier. Ich probiere noch... ...der Adramen ist... ...dass die rechte 15 da auf 0 wird. Das war jetzt eigentlich der nächste Slime Chunk. Laut Slime Finder. Ja... ...wenn ich das... ...dass ich auch gemacht hab... ...dann gerne den 3-4 Teil... ...also den vorhin... ...hat... ...dann verfolgen. Jetzt hab ich da eine 10. So, dass dann von innen nach außen graben. Und diesmal wird es aber auch nicht so lange dauern. So viel Diamant hier... ...das ist ganz schön. Das ist auch die Erfahrung. 1-0 jetzt in die Richtung. Jetzt kann ich das auch ausblenden. Weil ich... ...weil ich gerade in die Richtung hingraben dürfte ich nämlich einfach... ...den vorherigen Start einfach wieder auftreten. Ich hoffe ja auch mal, dass meine Videoaufnahmen auch ganz gut werden. Und auch... ...weil ich immer mehr Follower... ...also Abonnenten habe... ...also wie auf YouTube würde ich Follower... ...also als Follower über YouTube würde ich... ...Abonnenten... ...also wie viele einen abonniert haben. Also laut aktuellen Stand heute ist der 30. August... ...und diesen Tag habe ich das schon aufgenommen. Also ich... ...hab die Parts jetzt alle... ...aufgenommen und schon hochgeladen. Jetzt wird also hier... ...einen Block nach innen graben. Ich werde jetzt mal drei Blöcke weit... ...schaffen in diesem Teil. Weil ich habe nur für jeden Teil... ...der soll meistens bei den Minuten sein, aber... ...der zwölfste Teil ist nicht so kurz geraten... ...und der ist jetzt ein bisschen zu lang. Deswegen... ...weil ich jetzt hier... ...wird es wieder bei 20 Minuten bleiben. 5 Minuten länger als bei meinem neunsten Mal-Let's Play... ...wo 5... ...na 19 Teile sind. ...klimbs die... ...wo ich wend' noch eher wenig Sinn sage. ...wird somit die Skilette. So, ich kriege auch ein paar Steine. Steine braue ich auch mal in der Welt, ne? Die Diamanten sind hier natürlich im Überfluss. Und hier stört das Erzenbissen... ...weil es ein bisschen lang... ...länger braucht, das abzubauen. Aber es ist mit dem Redstone auch so, dass es nicht so lange ist. Früher in der Bachelor-Vision hat es immer sehr lange gedauert, Redstone abzubauen. Oh, 72 Erfahrungslevel schon. Da wird es mal langsam Zeit, dass ich sie mal benutze. Ein Zaubertiss... ...ich habe ich schon getrachtet, ist eigentlich jetzt noch ein Inventar. Ich habe nämlich keine Bücher... ...weil ich kein Leder mehr habe. Dazu komme ich später nochmal zur Zucht. Wenn ich dann an genug Leder ran komme... ...wenn ich mir noch Verzauberungen bis auf Level 30 höher machen kann. ...und natürlich ein bisschen riskant hier nichts, weil... ...Narverberäusche da haben. Jetzt auf die dritte Ebene reingraben. Dann wird hier schon mal große Slime spawnen drin... ...und das halt jetzt aber auch testen. Die sind eigentlich nicht so weit weg. Also Schiene brauche ich da jetzt eher nicht so zu legen. Kann ich natürlich machen. In dieser Slime Farm. Ich würde die so machen, dass ich das komplett von alleine so töte. Und in der Tasche wieder voll. Und in der Tasche wieder voll. ...drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf... Ich glaube, das könnte schon ganz knapp werden hier. Aber soviel Diamanten, dass ich vielleicht ein, zwei Diamanten gar nicht mitnehmen kann. Ich glaube, es sind jetzt schon 40. Hm. Daher kommt sogar kein Diamanten mehr. Daher kommt noch ein Black-O-Laternen. Ah, es gibt doch noch Diamanten. Daher kommt auch kein Diamanten mehr. Ich werde jetzt gleich mal aufnehmen, das Cobblestone. Cobblestone... ...wie nicht rum. Und dann kann ich das so machen. Ah, da gibt's die Kohle übrig. Ich schmeiß mir die Lippen hier nochmal weg. Oder ne, da brauche ich noch. Was schmeiß ich denn weg hier? Das ist das Unwichtigste. Alles ist irgendwie wichtig. Hm, 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 hm. Das muss ich schwer entscheiden, ne? Ich glaube, ich nehme die Wirken jetzt ein... ...dach wieder mit den zehn Cobblestone. Jetzt habe ich noch auf. Nein, ich packe da wieder mit den Fackeln hin. Erstmal darf ich nicht... ...den Außenbereichen fackeln. Aber... Vielleicht kommen wir hier wieder mit... ...und das Board und Slides hier. Jetzt natürlich hier... ...päter mit den O-Laternen... ...an der... ...am Boden aufzuhören. Dafür brauche ich Kürbis. Wupp. Ich gehe nach oben und... ...schlafen, schlafen, schlafen. Jetzt müssen wir jetzt mal dieses Gold... ...herausholen. Fast gar nicht mehr alles im Inventar. Jetzt muss ich mal ein Inventar leeren. In den Banten habe ich so viele. Mit Gold habe ich... Dann habe ich noch... ...Lappes zu viel wieder. Ich glaube, ich müsste sonst das Lappes Lappes zu leben. Was machen, weil ich wirklich viel zu viele habe. Lappes Lappes will blocken und wir müssen uns wieder umwandeln. Ja, so. Also... Also, den Lappes zu öffnen habe ich schon. Ich glaube, dann müssen wir den Lappes Lappes Lappes-Pyramiden erbkraftfrei bauen. Und jetzt hier dann das... ...flastliche Gold... ...rausholen. Das hat man auch Erfahrung. Level Sumo 50. Ein Stackgold. Hier noch ein Stackgold. Und nur 4 Eisen. Also, ich habe so viel Gold im Moment. Also, ich bin jetzt schon richtig im Goldrauscher fallen im letzten Teil. Ich habe schon so viel Gold. Ich habe viel mehr Gold als Eisen. Ich habe jetzt mehr Gold als Eisen. Und da ist auch noch Gold. Oh, das... Ich meine, ich wollte davon, ob es Kürbislamen hat. Kürbiskerne. Ja. Und da ist sowieso nichts. Eine neue Trug hier. Kürbislamen habe ich nicht. Kürbislamen. Ja. Ja. Da müssen wir dann nur noch... ...Dungeons hinüber gucken. Ah, das Haus ist auch schon vorangekommen. Kürbislamen. 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 Da wird jetzt ein Eingang... ...eventals wieder geleert. Kürbislamen. Dwei... Zwei Kürbislamen. Und zwar war es nie anders. Kürbislamen. Doselekt. 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 Das ist einfach... ...dunkel. Oh, die Nets. Nächste Lava Quelle Lava ist auch nicht genug Wir müssen sicher schon die Gange graben Die nicht in die Lava fallen kann Hätte ja hier noch eine Dungeon Die Metall ist ja nicht zu voll im Moment Können wir mal auf Dungeons gucken Die drei Schläge sind Und damit wir hier Mantsch Fackel, Fackel, Fackel Fackel Und damit wir hier noch bohren können Sandstein Auf obererde Wir müssen wieder Höhle Der geht auch in den Gang weiter Aber der hört auch Was ist das? Das ist das U-Creeper Ach, explodiert Aber Wie eine Menge Erfahrung Der hat mir keinen Schaden zu sehen Aber Wie hat das jetzt Der Traum gegeben Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Alles voller Monster In der kleinen Höhle Da kommt Kommt nichts mehr Dabei habe ich die 20 Minuten auch schon wieder erreicht Aber Ich wollte jetzt noch Diesen Dungeon wieder finden Dann gehen wir jetzt jetzt wieder hoch Da Jetzt ist hier auch alles ausgeleuchtet Sollte ich erstmal nichts mehr spawnen Vielleicht hätte ich auch Die Diamanten hochgesprengt Der ist der Creeper hier Kann aber überhaupt nichts Schaden gegeben Also wenn man weitermis wegfetzt Weil ein Creeper Kann da vielleicht Einiger nützlich sein Erstmal muss ich wieder zurück schwimmen Ich werde euch da mit Chine abziehen Und dann